Herzlich willkommen zum Adventskalender zur Entspannung. Heute ist der 3. Dezember und du darfst dein nächstes Entspannungstürchen öffnen. Wie bist du mit der Übung zurechtgekommen? Ist es dir gelungen, deine Gedanken zu beobachten? Gar nicht so leicht, oder? Mir persönlich fällt diese Übung oft sehr schwer, weil es eigentlich keinen bewussten Ort gibt, woher die Gedanken kommen. Sie kommen einfach so. Und je mehr man beobachtet, desto weniger wird der Gedankenfluss. Es ist, als würden die Gedanken stillstehen. Faszinierend, oder? Die heutige Affirmation zielt darauf ab, dein Selbst zu stärken. Die heutige Entspannungsübung kommt aus dem Yoga und ist die erste Übung der 5 Tibeter. Sie heißt der Kreisel. Versuche wieder dir, deine paar Minuten Zeit für dich zu nehmen. Affirmation des Tages. Mein Selbst ist mein Zuhause. Der Kreisel. Stelle dich aufrecht hin und breite deine Arme aus. Nun schließe deine Augen und drehe dich langsam im Kreis rechts herum. Drehe dich langsam im Uhrzeigersinn um dich selbst. Dreh dich circa fünf bis acht Mal um dich selbst. Atme dabei langsam ein und aus. Achte darauf, die Übung bewusst wahrzunehmen und führe sie achtsam aus. Nun bleibe einen Moment stehen, führe deine Hände vor deiner Brust gegeneinander und öffne deine Augen. Das war's für heute. Genieße deinen Tag und bleibe fröhlich.